Hallo und willkommen. In diesem Video zeige ich dir, wie du ein Pause-Menü für dein Spiel erstellen kannst. Wichtig dabei ist, dass du dir erst einmal überlegst, wann dein Pause-Menü in deinem Spiel überhaupt geöffnet werden soll. Es gibt dabei verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise über einen Button. Das heißt, der Spieler klickt innerhalb des Spiels einen bestimmten Button an und dann startet das Pause-Menü. Alternativ geht das natürlich auch über den Tasten-Input. Das heißt, es wird beispielsweise die Escape-Taste gedrückt oder eine Taste oder ein Button auf einem Controller und schon startet auch das Pause-Menü bzw. das Spiel an sich wird pausiert. Damit du jetzt dann dieses Pause-Menü, das ich dir zeige, auch in dein Spiel integrieren kannst, zeichne ich dir erst einmal den logischen Ablauf hier auf. Hierzu ein kurzes Diagramm. Also das Spiel ist gestartet und dann soll es ja zu einem beliebigen Zeitpunkt, dass letztendlich auch der Spieler entscheidet, hier zur Pause kommen. Das heißt, wir haben hier eine Aktion und die Aktion kann folgendes sein, wie eben schon genannt. Entweder ein Tasten-Input, also hier haben wir so diese Aktion, bitte pausiere Spiel. Und das funktioniert entweder über einen Button oder über eine Taste. Die Aktion hier führt das Spieler aus, denn er kann frei entscheiden, wann das Spiel pausiert werden soll. Der nächste Prozess ist dann eigentlich das Pause-Menü. Das heißt, hier Pause... Das ist ja unser Ziel erst einmal. Das heißt, wir haben hier wieder eine Verbindung und das Pause-Menü sollte natürlich auch irgendwie aufgebaut werden. Das heißt, in Unity selbst musst du dir hierfür eine Methode anlegen und diese Methode könnte beispielsweise hier sein Public Void Pause. Und mittels dieser Methode kann letztendlich dann immer dieses Pause-Menü aufgerufen werden. Zusätzlich zu diesem Erscheinen des Pause-Menüs soll im Hintergrund natürlich auch der Zustand pausiert werden. Das heißt, der Spieler soll an der Stelle stehen bleiben. Die Zeit an sich soll stehen bleiben, also solltest du einen Encounter haben und andere Elemente im Level sollen sich natürlich auch nicht bewegen. Dazu kannst du eine Klasse in Unity verwenden und diese Klasse findest du hier in der Scripting API bei Unity Engine, Classes und da gibt es die Klasse Time für die Zeit. Denn diese möchtest du letztendlich ja auch anhalten innerhalb des Spiels. Hier, die Klasse Time und da gibt es ein Feld, ein Property, das heißt Time.Timescale. The Scale at which the time is passing, this can be used for Slow-Motion-Effekts. Wir verwenden das jetzt nicht für einen Slow-Motion-Effekt, sondern wir drehen hier den Wert komplett auf 0 und damit ist das Spiel eingefroren. Also, Timescale und diesen Wert kannst du dann verwenden. Standardmäßig ist dieser Wert auf 1, das heißt, wir werden diesen Wert auf 0 setzen. Hier noch kurz der Hinweis, da verwenden wir Time, das ist die Klasse, Punkt und dann das Feld Timescale. Diesen Wert setzen wir dann auf 0. Also, das wird hier in diesem Menü für die Pause passieren und diesen Ablauf programmieren wir jetzt einmal in Unity. Es steht dir jetzt natürlich vollkommen frei, ob du das über einen Button oder über eine Taste regelst. Ich zeige dir das jetzt mit Hilfe einer Taste. Dazu erstelle ich hier kurz ein neues C-Sharp-Script und nenne dieses Script PauseScript. Mit einem Doppelklick das Script öffnen und innerhalb des Scripts kümmern wir uns jetzt um diese Logik. Das heißt, zuerst hier der Schritt, der Spieler drückt etwas, entweder den Button oder die Taste. Das geht ja hier über Updates, da kannst du eine Taste abfragen. If Input Get Button Down und dann der Name des Buttons. Ich nenne diesen Button jetzt einmal Pause. Was du natürlich auch verwenden könntest, wäre hier Input Punkt Get Key Down und dann verwendest du einen bestimmten Key Code. Also hier Key Code Punkt, könntest du beispielsweise sagen, wenn du die Taste P für die Pause haben möchtest, dann kannst du diesen Key Code hier verwenden. Grundsätzlich empfehle ich dir aber, den Input Manager zu verwenden. Daher schreibe ich jetzt hier auch Get Button Down Pause. Und diesen Eintrag für die Pause, den kannst du dir jetzt im Input Manager erstellen. Dazu, Script kurz speichern. Hier oben in der Unity-Menüleiste klickst du auf Edit, Project Settings und dann Input. Hier findest du im Input Manager die einzelnen Achsen. Und da legst du dir einen neuen Eintrag an. Das heißt, du klickst hier und veränderst die Zahl, besser gesagt, von 18 auf 19 in meinem Fall jetzt. Dann ist hier ein neuer Eintrag. Diesen nennst du dann genauso wie in deinem Script. In meinem Fall Pause. Und der positive Button hierfür ist nicht die Escape-Taste, sondern die Taste P. Okay, um den Input kurz zu testen hier. Print Pause wurde gedrückt. Und dann testest du dieses Script hier direkt in deiner Szene. Das heißt, du erstellst dir ein leeres GameObject, damit du das verknüpfen kannst oder an ein bestehendes GameObject. Ich packe das jetzt einmal an den GameManager bei mir hier in meinem Spiel. Wichtig ist nur, dass das GameObject auch aktiv ist. Dann wählst du dein Script, Scripts und hier Pause Script. Jetzt startest du dein Spiel und drückst einfach deine Taste, die du hier hinterlegt hast. Bei mir ist es die Taste P. Und dann siehst du jetzt unabhängig von diesem GameOver-Menü hier. Und dann haben wir in der Konsole Pause wurde gedrückt. Also in meinem Beispiel wurde jetzt hier die Taste P gedrückt. Natürlich kannst du auch jeden anderen Keycode verwenden. Pausiert wird das Spiel aber jetzt noch nicht. Das heißt, du musst dir deine Methode hier erstellen. Das siehst du ja im Diagramm hier. Public, Void, Pause. Also erstellst du dir innerhalb deiner Unity-Szene. Nicht in der Update-Methode, denn wir müssen das nicht pro Frame, pro Bild hier überprüfen. Sondern hier unterhalb Public Void und dann der Name deiner Methode. Ich nenne diese Methode jetzt einmal Pause. Und hier fügst du den eigentlichen Code ein für die Pause. Das heißt jetzt im ersten Schritt hier, time.timescale ist gleich 0. Time.timescale ist gleich 0. Wichtig hierbei, übergebe einen Float-Wert. Also hier am besten nicht 0 schreiben, sondern 0f. Okay, die Methode, die du eben erstellt hast, diese Pause-Methode, die sollte natürlich auch aufgerufen werden. Also du siehst hier Input.getButtonDownPause. Das hat ja funktioniert, dieser Print-Befehl. Aber es wird eigentlich das Spiel noch nicht pausiert. Das heißt, du musst hier Methode Pause aufrufen. Hier schreibst du Pause und dann die zwei Klammern, um diese Methode hier unten anzusteuern. Sobald du dein Skript um diesen Code erweitert hast, empfehle ich dir, das noch einmal zu testen. Das heißt, du klickst auf Start, drückst direkt zu Beginn die Pause-Taste. Und wie du jetzt hier bei mir siehst, das Flugzeug bewegt sich nicht weiter und die Pause wurde hier auch gedrückt. Einer Hinweis noch, solltest du auf der Konsole die Ausgabe bekommen, Pause wurde gedrückt und das Ganze mehrmals, dann kann es daran liegen, dass du hier nicht GetButtonDown verwendest, sondern GetButton. Dann sieht das nämlich so aus. Moment, ich klicke auf Play. Ich drücke die Taste P und solange ich die Taste gedrückt halte, wird das hier auch ausgegeben. Das wäre vollkommen unnötig und würde jetzt dann auch zu Problemen führen. Dann stell dir folgende Situation vor. Du hast eine einzige Taste, in meinem Fall die Taste P. Und wenn die Taste gedrückt wird, dann wird das Pause-Menü geöffnet. Nun kann es jetzt sein, dass der Spieler die Taste P noch einmal drückt. Und dann soll das Pause-Menü ja nicht geöffnet werden, sondern wieder deaktiviert werden. Was im Endeffekt bedeutet, du musst hier eigentlich so eine Abzweigung dir erstellen. Das heißt, das Ganze würde dann so aussehen. Also hier Pause-Menü öffnen. Und die andere Möglichkeit wäre natürlich Pause-Menü schließen. Also du hast hier eine Entweder-Oder-Entscheidung. Was ja auch bedeutet, dass du beim Schließen der Pause, dass du hier dann wieder schreibst, Time.Timescale ist gleich 1. Damit kannst du nämlich das Spiel dann wieder fortsetzen. Bevor wir aber zu dieser Logik jetzt im Detail kommen, ist es vielleicht sogar noch hilfreich, wenn du einen Text beispielsweise auf der Oberfläche anzeigst. Also was du da tun kannst, ist, du gehst in dein Unity-Projekt und auf deinem Canvoice, solltest du noch kein Canvoice haben, dann wird das auch automatisch erstellt. Das heißt, du machst hier Rechtsklick, UI und erstellst dir einen Text. Den Text selektierst du, kannst du gerne so groß wie möglich ziehen. Ich ziehe diesen jetzt einmal hier über die komplette Fläche des Canways und mache hier als Text oder als Einstellung des Paragrafen hier Best Fit. Das heißt, was hier als Text erscheinen wird, ist Pause. So, von Style Bold vielleicht. Heißt also, wenn du diese Taste drückst, dann wird zusätzlich auch noch dieser Text angezeigt, damit der Spieler dann auch sieht, okay, es ist wirklich pausiert. Der Text an sich sollte natürlich deaktiviert werden zu Beginn. Ich benenne diesen kurz um. Das heißt jetzt hier Pause Text und diesen deaktivieren. Und dieses GameObject Pause Text kannst du dir jetzt hier verlinken. Das heißt, du schreibst hier Public GameObject Pause Text. Und dann kannst du im Fall der Pause hier Pause Text aktivieren. Das funktioniert über den Namen deiner Variable hier oben. Bei mir ist das Pause Text, also Pause Text Punkt Set Active und dann hier True. Jetzt ganz wichtig, dass du hier die Verlinkung nicht vergisst. Das bedeutet, du begibst dich zu deinem GameObject, an dem dieses Pause Script hier hängt. Also, bei mir ist das der GameManager. Hier siehst du ein freies Feld. Solltest du das nicht sehen, dann hier zurück und überprüfen, ob du diesen Modifier Public verwendest. Also hier Pause Text und da per Drag & Drop das Ganze verlinken. Hier ist der Pause Text. Drag & Drop. Okay. Jetzt das Ganze testen. Du klickst auf Play und danach dann in deinem Spiel zu einem beliebigen Zeitpunkt auf die Taste P. Jetzt siehst du, das Flugzeug ist angehalten und der Pause Text wird auch angezeigt. Bei erneutem Drücken passiert hier noch nichts. Es wird zwar unten ausgegeben, aber du musst hier noch diese Oder-Logik einbinden. Ein Hinweis hier jetzt noch, ich habe zur Veranschaulichung GetButton verwendet. Hier am besten GetButtonDown verwenden, denn sonst wäre das Ganze unnötig. Also diese Bedingung ist nur wahr, wenn die Taste hier gedrückt wurde und nicht gehalten wird. Okay, jetzt kümmern wir uns um diese Logik hier. Bei dieser Entweder-Oder-Entscheidung benötigst du jetzt natürlich irgendetwas. Also du benötigst eine Variable, die auf wahr oder falsch gesetzt ist, um zu überprüfen, ist dieses Pause-Menü überhaupt geöffnet oder nicht. Das heißt, ich lege hier kurz mal einen Text an und dieses Feld ist dann hier eine bool-Variable, eine boolsche-Variable. Das heißt, wir können True oder False verwenden und diese nenne ich jetzt einmal GamePause. So heißt diese Variable und die soll natürlich überprüft werden. Ich schiebe jetzt nur einmal dieses PublicVoidPause hier nach unten, das benötigen wir gleich. Also, es wird hier gedrückt und dann soll GamePause überprüft werden. Jetzt gibt es hier zwei Möglichkeiten. Entweder das Spiel ist pausiert, also GamePause ist gleich True oder GamePause ist gleich False. Ist das Spiel pausiert, dann soll natürlich nicht das Pause-Menü geöffnet werden, sondern wenn das Spiel pausiert ist und der Spieler drückt wieder auf die Taste P beispielsweise, dann soll das Menü geschlossen werden. Also, hier haben wir dann PublicBool, GamePause True. Wenn das der Fall ist, dann soll das Pause-Menü hier geschlossen werden. Haben wir noch kein Pause-Menü aktiv, dann soll das Spiel bzw. das Menü hier dafür sorgen, dass es geöffnet wird. Dafür können wir uns dann zwei Methoden anlegen. Eine haben wir schon und zwar PublicVoidPause oder Pause und die andere Methode wäre beispielsweise PublicVoid, so etwas wie Resume oder Fortsetzen, wie auch immer du das nennen möchtest. Jetzt ganz wichtig, du hast hier ein Entweder-Oder, das heißt, du musst dich hier um eine Bedingungsabfrage kümmern. Das heißt, es ist also sinnvoll hier im Update nach dem Erkennen der Taste, also da wir quasi Taste für Pause erkennen, wenn das hier wahr ist, dass dann nicht Pause aufgerufen wird, sondern erst diese Abfrage, ob das Spiel pausiert ist oder nicht. Heißt, du könntest dir hier eine Methode anlegen und die heißt dann beispielsweise Pause or Resume. Also, so sieht das Ganze gut aus, das heißt, Spieler drückt die Taste, es wird PublicVoidPause or Resume ausgeführt und hier überprüfen wir dann, ist das Spiel pausiert oder eben nicht. Wenn nicht, Menü öffnen, falls doch, dann Menü schließen und das Spiel auch fortsetzen, ganz wichtig. Okay, machen wir das doch gleich einmal. Also hier rufen wir nicht mehr die Pause auf, sondern wir rufen eine neue Methode auf. Diese neue Methode, die legst du dir erst einmal an. PublicVoid, ich habe die hier genannt Pause or Resume. Pause or Resume, pausieren oder fortsetzen und hier erst einmal überprüfen, ist das Spiel derzeit pausiert? Das ist die Frage, die du hier stellen musst und das geht ja beispielsweise über eine boolsche Variable, die wir hier dann immer im Script speichern. Das heißt, du legst dir diese Variable hier oben an, die muss eigentlich nicht Public sein. Ich mache das Ganze jetzt aber mal Public, dass wir über den Inspektor auch immer sehen, ob sich die Variable geändert hat. PublicBool und der Name nehmen wir hier auch GamePause. Zum Start des Spiels haben wir natürlich keine Pause aktiv. Das heißt, GamePause ist gleich false. Und jetzt hier unten kannst du diesen Wert verwenden. Also Pause or Resume. Da verwendest du eine Bedingungsabfrage. Das ist letztendlich dieser Entscheider hier, dieses Entweder oder. If GamePause, du verwendest die Variable von hier oben. Jetzt aufpassen, du musst diesen beiden Wegen hier folgen. Also, wenn das hier wahr ist, dann befindest du dich hier unten. Das heißt, Pause ist aktiviert. Beende die Pause. Im S-Block, da ist natürlich dann der Code für das obere. GamePause ist false. Das heißt, Pause nicht aktiviert. Startet die Pause. Die Pause starten kannst du ja bereits, denn dafür hast du dir diese Methode angelegt. Das heißt, hier schreibst du Pause. Okay, diese Logik, die wir hier integriert haben, das sollte auch jetzt schon funktionieren. Das testen wir auch gleich. Wichtig, du musst dieses Pause or Resume auch aktivieren. Das heißt, hier schreibst du Pause or Resume und rufst dir diese Methode auf. Okay, teste das gleich einmal, ob das so bei dir funktioniert. Endresultat sollte jetzt erst einmal sein, dass der Text hier angezeigt wird und das Spiel pausiert wird. Ich drücke die Taste P und wie du siehst, Spiel ist pausiert. Erneutes Drücken der Taste P ändert jetzt hier überhaupt nichts. Es löst zwar diese Methode aus. Du siehst hier auch, Pause wurde gedrückt. Das wird hier aktualisiert. Wenn ich hier auf Collapse klicke, dann wird das untereinander angezeigt. Also aktuell befinden wir uns hier. Ich drücke erneut auf P. Dann siehst du, das wurde noch einmal ausgegeben. Das heißt, die Logik funktioniert. Aber wir haben jetzt noch keine Möglichkeit für das hier. Pause ist aktiviert. Beende die Pause. Und das geht ja über eine eigene Methode, die du anlegen solltest. Am besten Public Void Resume. Im Diagramm haben wir diese hier. Public Void Resume. Bool Game Paused ist gleich True. Das heißt, hier schließen wir das Menü. Und ganz egal, ob du dir jetzt hier ein Panel anlegst oder nur den Text anzeigst, du musst das hier deaktivieren. Das heißt, zuerst Spiel fortsetzen. Das geht über Time.Timescale. Das Spiel ist gleich 1, denn 1 ist der Standardwert. Würdest du hier einen höheren Wert verwenden, dann läuft das Spiel auch viel, viel schneller. Und dann Pause Text ausblenden. Das geht über Pause Text genauso, wie du es hier oben auch hast. Nur nicht True verwenden als Übergabeparameter, sondern du verwendest False. Wichtig, dieses Resume musst du natürlich dann auch hier oben mit hinzufügen. Also du schreibst hier Resume, das rufst du hier auf und dann hast du genau diesen Ablauf, den du auch hier im Diagramm siehst. Jetzt, wenn du dein Script testest, also deine Anwendung hier testest und drückst die Taste P, drückst dann diese erneut, dann wirst du feststellen, das funktioniert nicht. Woran liegt das jetzt? Schau dir dazu dein Script genauer an. Wir haben hier die Abfrage Game Paused. Ist das wahr? Und diese Variable, die wird nie wahr. Siehst du, zu Beginn ist diese auch False und dann ändern wir die Variable auch nie. Das heißt also, hier in der Logik, da fehlt noch etwas. Wir müssen hier nicht nur Timescale 0, sondern wir müssen hier auch zusätzlich Game Paused ist gleich True. Das ist also notwendig, damit du hier aus diesem False ein True machst. Und beim nächsten Durchlauf wird es dann auch so sein, dass du nicht hier oben landest, sondern hier unten, um das Menü zu schließen. Das heißt, hier unten im Umkehrschluss natürlich das Gleiche. Game Paused ist gleich False, dass beim nächsten Mal du auch hier oben landest und das Menü wieder geöffnet werden kann. Game Paused, Resume und dann hier Spiel jetzt pausiert. Variable ändern. Das heißt, du schreibst hier Game Paused ist gleich False. Hier unten Spiel nicht pausiert. Variable ändern, also Game Paused ist gleich True. Damit sollte das bei dir jetzt auch funktionieren, denn jetzt entspricht dieser Script exakt der Logik, die du auch hier in diesem Diagramm siehst. Also das hier ist die komplette Logik, der komplette Ablauf. Spiel startet, Spieler drückt eine Taste oder einen Button. Diese Methode wird ausgeführt, dann wird überprüft, ist das Ganze False oder True. Und dann wird entweder Pause oder Resume ausgeführt. Okay, jetzt der entscheidende Moment. Ich klicke auf Play, danach gleich auf die Pause-Taste. Spiel pausiert sich. Wenn ich erneut die Taste drücke, setzt sich das Ganze fort. Perfekt, das hat funktioniert. Wenn du das Ganze über einen Button lösen möchtest, dann kannst du dir hier über UI Button einen neuen Button hinzufügen. Was du hier dann eigentlich nur noch tun musst, ist, dass du diesem Button eine Funktion gibst. Ich mache hier kurz den Text einmal auf Weiß. Du musst diesem Button also jetzt eine Funktion geben. Und im Endeffekt ist das nichts anderes wie hier. Also das Spiel wird gestartet, das DP wird gedrückt oder eben der Button und dann wird diese Methode hier ausgeführt. Das ist eine Public-Methode und das heißt, du kannst über einen Button direkt darauf zugreifen. Also hier wählst du deinen Button aus, scrollst nach unten innerhalb der Komponenten hier im Inspektor bei OnClick in der Button-Komponente. Da siehst du, die Liste ist empty. Es wird hier zurzeit noch nichts ausgeführt, wenn du den Button drücken würdest. Da klickst du auf das Plus, verknüpfst dein Objekt, an dem das Script hängt, mit dieser Methode. Also quasi dieses Script, dieses Pause-Script. Bei mir hängt das am Game Manager, also diesen Verlinken, Funktion, Pause-Script. Dann klickst du hier auf dieses No-Function, dann nimmst du das Pause-Script und selektierst hier Pause or Resume. Und schon sollte das auch funktionieren. Ich klicke auf Play, drücke direkt den Button mit der Maus. Also ich drücke nicht die Taste auf der Tastatur für die Pause, sondern ich führe hier über dem Button direkt die Methode aus. Mehrmaliges Klicken bedeutet natürlich, die Pause wird wieder deaktiviert, wieder aktiviert, wieder deaktiviert, wieder aktiviert und so weiter. Okay, soviel zum Erstellen deines eigenen Pause-Menüs hier in Unity. Das Ganze ist ein bisschen umfangreicher geworden. Mir war es aber wichtig, dass du das wirklich Schritt für Schritt verstehst. Und deshalb auch dieses Diagramm. Denn ich finde, innerhalb des Scripts kann man hier schnell etwas übersehen. Und hier hast du dann letztendlich die Übersicht. Alle Links zu den Grafiken und den Scripts findest du unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Integrieren deines eigenen Pause-Menüs in dein Spiel und bis zum nächsten Video. Ciao!